Hier sind diese Entspannungsinseln, oder? Ja. Zeig euch in die Schwarzschutz. Da drücken wir sie wahrscheinlich zu. Flo, hast du einen Trick, wie ich in so eine Insel reinkomme? Oh, da kann ich da nicht reinkommen. Also hier sind unsere Entspannungsinseln, die sind leider alle abgeschlossen. Also ich kann mal ein Semokaburen, auch wenn man keine Inseln hat.